Hallo und herzlich willkommen zum Tanzkörpertraining. Ich bin Marita und heute nehme ich dich mit in einen intensiven Yoga-Flow, bei dem es besonders um die fließende Bewegungsqualität, aber auch um die Kräftigung der Mitte geht. Diese Bewegungsfolge ist ein bisschen schneller als sonst. Das heißt, falls du noch nicht mit Tanzkörpertraining oder Strala-Yoga vertraut bist, dann mach diese Folge ruhig mehrmals, sodass sich dein Körper an die Abläufe gewöhnen kann. Falls du noch gar nicht viel Yoga-Erfahrung hast, dann probiere ruhig meine anderen Videos erstmal aus, um so ein Gefühl für die Haltungen und Abläufe zu bekommen. Lass uns anfangen. Komm im vorderen Bereich deiner Matte an und lass die Arme locker neben dir sinken. Stell die Füße ungefähr hüftbreit nebeneinander unter dir auf und schaukel mit der Achse so ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links, ein bisschen nach vorn, ein bisschen nach hinten. Lass dich sanft bewegt werden, wie so eine Wasserpflanze im Wasser. Eine der nächsten Einatmungen trägt die Arme über die Seite nach oben. Ausatmend, tauch nach vorn und unten ab. Lass den Nacken ganz lang werden. Die nächste Einatmung hebt dich nach oben. Ausatmend wird alles wieder lang nach unten, schmilzt ab. Die nächste Einatmung rollt dich auf und hebt die Arme über die Seite nach oben. Ausatmend schmilzt wieder nach unten. Wiederhol das. Die Einatmung verlängert dich nach vorn. Die Ausatmung lässt überflüssige Spannung abfließen, den Rücken lang nach unten schmelzen. Die Einatmung trägt dich wieder nach oben. Ausatmend tauchst du wieder ab. Die Einatmung verlängert dich fünfmal in deinem Tempo. Als würde der Atem dich bewegen. Die Einatmung hebt dich. Die Ausatmung lässt dich schmelzen und lässt überflüssige Spannung abfließen. Als würde warmes Wasser deinen Rücken runterlaufen. Die nächste Einatmung rollt dich wieder auf und die Arme werden nach oben getragen. Ausatmend tauch nach vorn und unten ab. Noch einmal, lass dich in die Weite gehoben werden, den Scheitel in die Länge fließen. Diesmal stell die Hände unter den Schultern ab, pflanze sie dort zum Boden. Und die Füße laufen zurück in eine lange Linie über dem Boden. Du kannst diese lange Linie variieren. Vielleicht hebst du das Becken weiter oder senkst die Knie zum Boden. Falls es dir zu intensiv wird, lass das Becken hier auf jeden Fall schaukeln. Ein bisschen nach rechts und links. Und dann schaut der Bauch nach rechts. Die rechte Hand öffnet sich nach oben. Ausatmend kommt sie zum Boden zurück. Das Becken schaukelt nach links. Linke Hand hebt sich mit der Einatmung. Ausatmend kommt sie zum Boden zurück. Und dann senken sich die Knie. Eine Einatmung öffnet das Brustbein nach oben. Ausatmend wird das Becken nach hinten getragen durch den Vierfüßlerstand in den Hund. Übertrag das Gewicht auf den linken Fuß. Eine Einatmung trägt das rechte Bein nach hinten. Und obens Becken darf sich öffnen. Ausatmend tritt der Fuß neben die rechte Hand. Mit einer Einatmung tritt nach außen. Mit der linken Hand die rechte Hand schließt nach oben. Ausatmend schließt die Hand zurück. Einatmend hebt sich die linke Hand. Ausatmend schließt du zurück. Mit der nächsten Einatmung verlängere dich. Ausatmend tritt zurück in die lange Linie über dem Boden. Die Knie senken sich. Die nächste Einatmung öffnet das Brustbein. Ausatmend wirst du nach hinten getragen in den Hund. Einatmend übertrag das Gewicht nach rechts. Die linke Fuß fließt nach oben. Ausatmend trittst du nach vorn durch. Rechte Hand tritt nach außen. Die linke Hand öffnet sich nach oben. Einatmend. Ausatmend schließt zurück zum Boden. Einatmend öffnet sich die rechte Seite. Ausatmend fließen beide Hände zurück. Und der Fuß tritt zurück. Beide Knie senken sich zum Boden. Die nächste Einatmung öffnet das Brustbein nach vorn und oben. Ausatmend wirst du nach hinten und oben getragen in den Hund. Ein ganz einfacher Flow zwischendrin. Die Einatmung hebt das Becken über oben nach vorn. Die Knie senken sich. Einatmung öffnet das Brustbein nach vorn und oben. Ausatmend wird das Becken nach oben getragen in den Hund. Noch einmal wird das Becken über oben nach vorn getragen. Das Becken fängt wieder an zu schaukeln. Übertragt das Gewicht nach links. Der Bauch guckt nach rechts. Rechte Hand öffnet sich. Ausatmend fließt zurück. Der Bauch guckt nach links. Die linke Hand öffnet sich. Ausatmend fließt die Hand zurück zum Boden. Die Knie senken sich. Die Einatmung öffnet das Brustbein. Ausatmend stellen sich die Füße auf. Das Becken fließt nach hinten und oben in den Hund. Übertragt das Gewicht nach links. Der rechte Fuß fließt nach oben. Ausatmend tritt der Fuß nach vorn. Heben die Hand. Rechte Seite öffnet sich mit der Einatmung. Ausatmend fließt sie zurück zum Boden. Linke Hand öffnet sich nach oben. Und diesmal lass die linken Finger dich nach hinten und oben ziehen. In den zweiten Krieger. Die nächste Einatmung trägt dich hier nach oben. Schultern bleiben weit entfernt von den Ohren. Ausatmend beugt sich das vordere Knie wieder über den zweiten Zeh. Wiederhol das. Die Füße schieben in den Boden. Die Einatmung hebt dich. Die Ausatmung lässt dich wieder in die Weite fließen. Wiederhol das. Noch zweimal in deinem Tempo. In den zweiten Krieger. Dann kommt die linke Hand aufs hintere Bein. Rechte Seite wird lang. Fried voller Krieger. Ausatmend fließt nach vorn raus. Wiederhol das. Die Einatmung trägt dich nach hinten. Die Ausatmung lässt dich nach vorn fließen. In die Länge der linken Seite. Einatmung trägt dich nach hinten. Ausatmend schau nach unten. Die linke Hand kommt zum Boden. Die rechte öffnet sich. Ausatmend zum Boden zurück. Die Einatmung öffnet den Bauch nach links. Ausatmend fließen beide Hände zurück. Übertrag das Gewicht in die linke Hand, sodass du nach hinten treten kannst mit dem rechten Fuß. Die Knie senken sich. Die Einatmung öffnet das Brustbein nach vorn und oben. Ausatmend wirst du zurückgetragen in deinen herabschauenden Hund. Lass dein Becken in diesem Hund ein bisschen schaukeln nach rechts und links. Alles kann mitkommen. Die Knie können gebeugt sein. Es gibt eine lange Linie zwischen deinen Sitzbeinknochen und den fest verwurzelten Händen. Übertrag dein Gewicht auf den rechten Fuß für die linke Seite. Linke Fuß wird nach oben getragen. Ausatmend einatmen. Ausatmend tritt der Fuß nach vorn durch. Der Bauch schaut nach links. Linke Hand fließt nach oben mit der Einatmung. Ausatmend fließt die Hand zurück. Bauch schaut nach rechts. Der hintere Fuß kann sich ausdrehen. Einatmend öffnet den rechten Arm. Ausatmend zieht dich die hintere Hand nach hinten und oben in deinen Krieger. Die nächste Einatmung hebt dich hier nach oben. Die Schultern bleiben weit entfernt von den Ohren. Ausatmend senkt sich das Becken. Das Knie zeigt über den zweiten Zeh. Wiederhol das noch zwei bis drei Mal in deinem Tempo. Die Einatmung hebt dich. Die Arme kommen mit. Ausatmend wird der Abstand zwischen den Fingern wieder ganz groß und weit. Mit der nächsten Einatmung kommt die rechte Hand nach hinten. Die linke Seite wird lang friedvoller Krieger. Ausatmend schmilzt nach vorne in die Länge der rechten Seite hinein. Wiederhol das noch zwei bis drei Mal in deinem Tempo. Die Einatmung öffnet dich nach hinten. Ausatmend leg den Unterarm auf dem Oberschenkel ab. Rechte Seite wird ganz lang. Ausatmend schmilzt nach vorne. Die Einatmung trägt dich nach hinten und oben. Ausatmend fließt in die Länge. Und die rechte Hand kommt zum Boden. Das linke Bein kann nach hinten durchtreten. Lange Linie über dem Boden. Lass die Knie zum Boden kommen. Eine Einatmung öffnet das Brustbein nach vorne und oben. Ausatmend stellen sich die Füße auf. Und das Becken wird nach hinten getragen in den Hund. Eine Einatmung trägt dich wieder nach vorne. Und in die lange Linie über dem Boden. Der Bauch schaut nach rechts. Rechte Hand öffnet sich. Einatmung. Ausatmend fließt die Hand zum Boden zurück. Der Bauch schaut nach links. Die Einatmung öffnet auch die linke Hand. Ausatmend kommt zurück in die Mitte. Die Knie senken sich zum Boden. Und das Brustbein öffnet sich mit der Einatmung nach vorne und oben. Ausatmend wirst du nach hinten und oben getragen in deinen Hund. Übertrag das Gewicht nach links. Der rechte Fuß fließt nach hinten und oben. Und tritt nach vorne durch. Eine Einatmung öffnet die rechte Hand nach oben. Ausatmend fließt sie wieder nach unten. Ausatmend schaut der Bauch nach links. Die linke Hand öffnet sich nach oben. Ausatmend kommt zurück in die Mitte. Ihr Bauch schaut nach rechts. Diesmal tritt die Hand ein bisschen weiter nach hinten. Und das Knie kommt wieder weg vom Boden. Ausatmend kommt wieder zurück. Der hintere Fuß dreht sich aus. Öffne dich in dein offenes Dreieck. Ausatmend werden die Knie hier weicher. Und die hintere Hand zieht dich nach hinten und oben. In deinen zweiten Krieger. Eine Einatmung hebt dich nach oben. Ausatmend kommen wieder im zweiten Krieger an. Die nächste Einatmung lässt die linke Hand nach hinten kommen. Fried voller Krieger. Ausatmend schau nach vorne raus und übertrag das Gewicht auf den vorderen Fuß für deinen dritten Krieger. Auch hier lass den Bauch ein bisschen nach rechts schauen. Rechthand löst sich vom Boden. Ausatmend kommt zurück in die Mitte. Das Becken öffnet sich nach links. Halbmond. Einatmung. Ausatmend tritt der hintere Fuß nach hinten. Die Einatmung hebt dich nach oben in deinem zweiten Krieger. Ausatmend sinken die Hände auseinander. Einatmend kommt die linke Hand aufs linke Bein. Fried voller Krieger. Ausatmend fließt wieder nach vorn. Die linke Hand findet den Boden. Der rechte Fuß kann nach hinten treten. Die Knie senken sich zum Boden. Das Brustbein öffnet sich einatmend nach vorn. Ausatmend wird das Becken nach hinten und oben gehoben in deinen Hund. Übertrag das Gewicht nach rechts. Der linke Fuß fließt Richtung Himmel. Ausatmend tritt er nach vorn durch. Rechte Antritt nach außen. Der Bauch schaut nach links. Öffne die linke Hand nach oben. Ausatmend fließt zurück. Linke Hand kommt zum Boden. Bauch schaut nach rechts. Hand öffnet sich. Einatmung. Ausatmend fließt zurück. Jetzt lass das hintere Bein lang werden. Die linke Hand öffnet sich nach oben im verdrehten Dreieck. Ausatmend fließt zurück. Dreh den hinteren Fuß aus fürs offene Dreieck. Und dann lass beide Knie weicher werden. Und die hintere Hand zieht dich nach hinten und oben. Die Einatmung hebt dich nach oben. Ausatmend komm im zweiten Krieger wieder an. Fried voller Krieger mit der nächsten Einatmung. Ausatmend schau nach vorn raus. Übertrag das Gewicht über den linken Fuß für den dritten Krieger. Die Rechthand bleibt am Boden. Der Bauch schaut nach links. Verdreht der Halbmond. Ausatmend fließt zurück. Bauch schaut nach rechts. Komm im offenen Halbmond an. Einatmend. Ausatmend findet der hintere Fuß den Boden wieder. Die Einatmung hebt dich nochmal. Ausatmend zweiter Krieger. Die Einatmung trägt dich nach hinten. Fried voller Krieger. Ausatmend schmilzt nach vorn. Und lass die rechte Hand am Boden ankommen, sodass der linke Fuß wieder nach hinten treten kann. Die Knie kommen am Boden an. Das Brustbein öffnet sich nach vorn und oben. Ausatmend setzt sich dein Po und setzen sich die Sitzbeinknochen nach hinten auf die Fersen. Für eine kurze Pause in der Stellung des Kindes. Wenn du magst, kannst du hier die Stirn so ein bisschen rollen lassen von rechts nach links, sodass sie eine sanfte Massage vom Boden bekommt. Atme ganz lang und tief bis in deinen Rücken hinein. Und dann zu einem selbstgewählten Zeitpunkt roll dich auf. Komm zum Sitzen. Im Fersensitz spür ein paar Momente. Einfach in dich hinein. Leg die linke Hand auf das Brustbein, die rechte auf den unteren Bauch. Und dann auch atme ganz lang und voll und tief. Wenn du magst, denk das Wort einatmen mit der Einatmung. Und das Wort ausatmen immer mit der Ausatmung. Eine der nächsten Einatmungen trägt die Arme über die Seiten nach oben. Ausatmend sinken die Hände auf dein Brustbein. Lass den Atmen hier nochmal ganz lang durch die Nase kommen. Und durch den geöffneten Mund wieder gehen. Und dann bring dein Gewicht nach vorn in den Vierfüßlerstand. Und eine Einatmung trägt das Becken nach hinten und oben in den Hund. Und wir setzen alles nochmal zusammen und ergänzen ein paar spielerische Dehnungselemente. Übertrag das Gewicht nach links. Der rechte Fuß fließt Richtung Himmel. Ausatmend tritt der Fuß nach vorn durch. Die Einatmung öffnet den Bauch und den Arm nach rechts. Ausatmend fließt zurück. Öffne nach links. Ausatmend fließt zurück. Tritt mit der Hand weiter nach außen. Der Bauch öffnet nochmal nach rechts. Rechts gedrehtes Dreieck. Ausatmend komm mit der Hand auf. Das Bein fürs offene Dreieck. Einatmend dehnt dich hier aus. Ausatmend wirst du nach hinten und oben getragen. In den zweiten Krieger. Die Einatmung trägt dich nach hinten. Den friedvollen Krieger. Ausatmend fließt wieder nach vorne und unten. Und eine Einatmung trägt das rechte Bein wieder nach oben. Schau mal unter der linken Achsel durch. Beugt das Knie und der Fuß kommt hinter dir zum Boden. Die Einatmung öffnet das Brustbein. Ausatmend fließt die Hand wieder zurück. Das Bein wieder nach oben. Und diesmal kommt das Bein durch. Auf die andere Seite deiner Matte. Kommt neben der linken Hand zum Boden. Einatmend öffnet die linke Hand. Ausatmend lass das wieder nach hinten und oben fließen. Die Einatmung dehnt dich hier nochmal aus. Ausatmend lass das Knie nach vorn kommen. Setz dich auf die rechte Beckenaußenseite für deine Taubenvariante. Du kannst dich hier auch auf Decken setzen. Finde deine Variation. Die Einatmung hebt und öffnet das Brustbein ein bisschen nach oben in der Taube. Ausatmend lauf nach vorn raus. Finde eine Haltung, wo du die Dehnung interessant findest. Und atme da ein paar Mal ganz lang und tief rein. Du kannst jederzeit nochmal die Richtung verändern, in die dein Oberkörper zeigt. Immer auf der Suche nach interessanten Dehnungsmöglichkeiten. Jetzt setz dich auf die rechte Pobacke und der linke Fuß schwingt nach vorn rum. Und dann komm in deinem Boot an. Schaukel hier ein bisschen nach rechts und links. Und dann mit einer Ausatmung lass dich in die Länge nach hinten fließen. Wenn das zu viel ist, kannst du auch die Füße abstellen oder einfach die Oberschenkel so ein bisschen umgreifen mit den Armen. Und die Ausatmung lässt dich so ein bisschen nach hinten sinken, als würdest du dich in eine dicke Flüssigkeit reinlegen, so wie Honig. Und einatmend macht der Honig unter deinem Rücken einen Blub und holt dich wieder hoch. Stell dir das vor, wenn du Vorstellungsbilder liebst. Die Ausatmung lässt dich immer in die Länge fließen. Die Einatmung trägt dich wieder nach oben. Auch mit dem Atmen kannst du ja experimentieren. Vielleicht passiert es, dass es für dich, dass es sich viel stimmiger anfühlt, mit der Einatmung in die Länge zu fließen, ausatmend nach oben zu kommen. Beides ist gut. Nichts ist besser oder schlechter als das andere. Und dann lass das zur Ruhe kommen. Greif die Unterschenkel oder stell die Füße ab. Finde deine Variation. Der rechte Fuß legt sich vor dir ab für deine Taube. Der linke Fuß schwingt über außen nach hinten rum. Die linke Ferse zieht in den Raum hinter dir. Ausatmend wird dein Becken nach oben getragen in den herabschauenden Hund. Übertrag das Gewicht nach rechts. Der linke Fuß wird nach oben gehoben. Einatmung. Ausatmend tritt der Fuß nach vorn. Die rechte Hand tritt nach außen. Der Bauch schaut nach links. Öffne nach links mit der Einatmung. Ausatmend kommt die Hand zum Boden zurück. Öffne nach rechts mit der Einatmung. Ausatmend fließt zum Boden zurück. Öffne nach links. Das hintere Bein und das vordere Bein werden ein bisschen länger im gedrehten Dreieck. Ausatmend fließt zurück. ins offene Dreieck mit der Einatmung. Ausatmend werden die Knie weicher und die hinteren Finger ziehen dich nach oben in deinen zweiten Krieger. Die Einatmung trägt und hebt dich hier nochmal nach oben. Ausatmend komm im zweiten Krieger an. Fließ weiter mit der Einatmung in den friedvollen Krieger nach hinten aus. Ausatmend schmilzt nach vorn. Die Rechthand findet den Boden wieder. Und der Fuß tritt nach hinten durch. Wird aber gleich weiter gehoben. Der linke Fuß hebt sich im dreibeidigen Hund. Lass das Knie sich beugen. Guck unter der rechten Achsel durch. Lass den Fuß hinter dir zum Boden kommen. Einatmung öffnet das Brustbein. Ausatmend wird der Fuß wieder nach hinten und oben getragen. Ausatmend kommt der Fuß auf die rechte Seite der Matte. Neben die rechte Hand. Rechte Hand öffnet sich nach oben. Dreikel dich hier aus. Ausatmend kommt alles wieder zum Boden. Der hintere Fuß schwingt nach hinten und oben durch. Und ausatmend legt das Knie dann zwischen deinen Händen ab. Für deine Taube. Erlaub dem Becken sich hier seitlich zu öffnen. Die linke Beckenseite, die linke Pobacke sollte gut unterstützt sein vom Boden, sodass das Knie geschützt ist. In der Einatmung heb dich hier nochmal nach oben vom Brustbein her aus. Atmend schmilzt nach vorn. Und finde eine Richtung für den Oberkörper, wo du die Dehnung spürst und wo sie sich interessant anfühlt. Bleib dort. Verlängere entweder die Ein- oder die Ausatmung ein paar Mal ganz bewusst. Und dann verlagere dein Gewicht und deinen Oberkörper nochmal zur anderen Seite. Schau, wie sich das dort von der Dehnung her ändert. Wo die Dehnung sich reinschiebt, vielleicht merkst du sie mal mehr in der Außenseite vom Oberschenkel, vom Becken. Mal mehr im Rücken. Was auch immer sich für dich gerade interessant und stimmig anfühlt. Nutze es, um dort reinzuatmen. Eine Einatmung trägt dich wieder nach oben. Und der hintere Fuß schwingt über außen nach vorn rum, dass du zum Sitzen kommen kannst. Du kannst die Füße schweben lassen für dein Boot. Du kannst sie auch absetzen am Boden, wenn dir das zu viel ist. Oder die Hände an die Oberschenkel bringen. Auf dieser Seite roll mal auf die rechte Beckenseite und werde da ganz lang. Eine Einatmung trägt dich wieder nach oben. Ausatmung, roll auf deine linke Seite, werde ganz lang. Die Einatmung trägt dich wieder nach oben. Denk an diesen Blub, den der Honig unter dir machen kann, unter deinem Rücken, um dich wieder hochzubringen. Und wiederhol das. Noch circa viermal auf jeder Seite in deinem Tempo. Schau, dass du die Schultern immer wieder so locker wie möglich werden lässt. Du nutzt nur, was du wirklich brauchst an Spannung. Der Kiefer bleibt locker. Stell dir diese dicke Flüssigkeit vor, in die du dich hineinlegst und die dich dann mit diesem Blubbern wieder nach oben zurück befördert. Atme weiter. Noch ein letztes Mal. Super. Und dann greif die Unterschenkel oder die Fersen oder stell die Füße vor dir ab. Find eine Variante für dich. Atme dort rein. Ein paar ganz lange, tiefe Atemzüge. Und dann kommen die Füße wieder zum Boden zurück. Nach einer Atmung heb das Brustbein. Lass das Becken hier so ein bisschen nach oben gehoben und geschaukelt werden. Schau, wo der Kopf sein möchte. Vielleicht mag der hängen, vielleicht mag er getragen sein. Finde deine Variation. Und dann zu einem selbstgewählten Zeitpunkt kommt das Becken wieder am Boden an. Leg einen Fuß locker vor den anderen. Vielleicht setzt du dich etwas höher auf dem Kissen oder eine gefaltete Decke. Schließ die Augen. Und lass deine Achse noch mal so ein bisschen schwingen. Nach rechts und links. Die rechte Hand tritt nach außen. Linke Hand fließt über. Ausatmend schwingen rum auf die andere Seite. Der Kopf kommt über vorn auf die andere Seite. Und so schwingen sie ein paar Mal nach rechts und links. Der Kopf ist die ganze Zeit schwer. Der Nacken ist so lang wie möglich. Schaukel hier von rechts nach links. Nimm wahr, wie die Dehnung sich verändert. Vielleicht verändert sich auch der Atem mit der Bewegung. Vielleicht öffnest du an der Seite mit der Einatmung. Und schmilzt über vorn mit der Ausatmung. Probier das für dich aus. Und dann such dir deine letzte Wiederholung aus. Komm in der Mitte an. Roll dich auf. Und bleib hier noch ein paar tiefe Atemzüge lang. Einfach sitzen. Lausch dem Atem, wie er kommt und geht. Schau, ob die Handflächen nach oben oder unten schauen wollen. Und nun wahr, wo die Einatmung dich hebt und ausdehnt. Und wo die Ausatmung dich weicher werden und schmelzen lässt. Wo spürst du den Atem. In deinem Körper. Wenn du magst, denk das Wort Einatmen immer mit der Einatmung. Und das Wort Ausatmen mit der Ausatmung. Immer, wenn deine Aufmerksamkeit irgendwo anders hinwandert. Schau, ob du sie ganz liebevoll zurückholen kannst. Zum Einatmen. Und Ausatmen. Und dann zu einem selbstgewählten Zeitpunkt bring die Aufmerksamkeit wieder in den Raum zurück. Lass deine Achse noch mal so ein bisschen schaukeln und schwingen nach rechts und links. Spür die Luft auf deine Haut. Eine Einatmung trägt die Arme noch mal über die Seite nach oben. Die Augen öffnen sich. Und ausatmend sinken die Hände an der Stirn vorbei bis auf dein Herz. Und ich danke dir fürs Mitmachen und wünsche dir einen wunderbaren, fließend bewegten Tag. Ich hoffe, du fühlst dich wunderbar und kannst es mit in deinen Alltag nehmen. Namaste Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal und besuche mich auf www.tanzkörpertraining.de Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin.